Komm mal ab da, wo der Film im Wasser kommt, okay? Ein, zwei... Ja, es ist natürlich ein Tag der offenen Tür im besten Sinne, das heißt ideal zum Schnuppern, zum Ausprobieren, zum Kennenlernen, für Jung und Alt, für jeden etwas dabei zum Ausprobieren, Musik und Kunst, alles, was wir im Haus anbieten. Also beide Säulen sind vertreten? Beide Säulen sind gut vertreten, in der Kunstschule kann man verschiedene Kurse ausprobieren und alle Instrumente, alle Fächer, die wir anbieten. Wie hat es Ihnen heute Morgen angefangen? Sind Sie mit dem Besuch zufrieden? Sehr zufrieden, es sind sehr viele unbekannte Gesichter hier, was ja immer schön ist bei so einem Tag. Viele Leute, die das Haus mal kennenlernen möchten, die wissen, dass wir jetzt hier unser Domizil haben und ja, das ist ein wunderbarer Start in den Tag, trotz etwas tristerem Wetter. Haben Sie da auch was Neues anzubieten, dass man sich anmelden kann? Ja, wir haben natürlich viele Fächer, die nicht so ganz bekannt sind, wo wir immer wieder auch für werben. Das sind manchmal ganz klassische Fächer wie Oboe und Klarinette, wo die einfach nicht mehr so modern erscheinen, aber eben auch zum Beispiel die Feeharfe als Instrument wird V-E-E-H geschrieben, die man spielen kann, ohne Noten zu können. Das ist also ein ganz spannendes Instrument für jeden, der sagt auch, ich möchte mal Musik machen, aber ich habe vielleicht nicht so viel Zeit zu üben. Können Sie mir das mal ansehen? Sehr gerne, schauen wir uns an. Frau Haider ist dafür die Fachfrau. Herr Fee ist der Erfinder von diesem Instrument. Er hat für seinen Sohn das erfunden, weil der Sohn krank war und konnte dann nicht so gut musizieren. Also man legt ein Blatt unter die Saiten und spielt nach den Punkten. Also von oben nach unten? Ja, von oben nach unten. Jetzt ist die Gruppe schon etwas weiter und wir haben mit Umblättern schon. Und Sie haben schon etwas einstudiert? Ja, genau. So. Die Änderung. Die Änderung. Die Änderung. Musik Bravo Musik 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 Ah, folge Sonja. Der sieht total gut aus. Ja, das ist ja eine tolle Farbe. Vielleicht haben wir auch. Schön. Ja, das ist ja eine tolle Farbe. Ja, das ist ja eine tolle Farbe. Ja, das ist ja eine tolle Farbe. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.